Book 2 13 Tätigkeiten Was macht Martha? Sie arbeitet im Büro. Sie arbeitet am Computer. Wo ist Martha? Wo ist Martha? Im Kino. Sie schaut sich einen Film an. Was macht Peter? Er studiert an der Universität. Er studiert Sprachen. Wo ist Peter? Im Café. Er trinkt Kaffee. Er trinkt Kaffee. Wohin gehen Sie gern? Ins Konzert. Sie hören gern Musik. Sie hören gern Musik. Wohin gehen Sie nicht gern? Wohin gehen Sie nicht gern? In die Disco. In die Disco. Sie tanzen nicht gern. Sie tanzen nicht gern. Einen Marc? Schule!